Wir melden uns gleich, wenn wir auf der Fähre sind. Herzlich willkommen zu einem Video von mir für euch. Katastrophe. Katastrophe. Abbruch. Ihr misst los, sonst verpasst ihr wieder die Fähre. Achso, ja. Haben wir alles? Ihr habt noch einen zweiten Hund gehabt. Achso, ja. Hallo. Hallo. Sag schön. Tschüss. Ich kriege da noch mal wieder aus. So eine Abschiedsohrfeige. So eine Abschiedsohrfeige. Sag mal, bis einer weint. Warum? Seid schön lieb. Wir kommen bald wieder. Meine Palme. Weiter geht's. Tschüss. Auf Höhen. Was schön mit euch. Kommt gut heim. Mal gucken, ob wir hier richtig sind. Wir sind jetzt, ja, so eine Stunde, sind wir jetzt an die Fähre gefahren, also ganz gemütlich. Auf der Fähre sind wir dann noch mal sechs Stunden. Diesmal am Tag, das letzte Mal auf dem Herweg, waren wir ja nachts auf der Fähre, da haben wir einfach geschlafen. Die Fähre fährt weg. Was? Nein, wie? Wohin? Quatsch, das ist für LKWs. Das hätte mich jetzt nicht gewundert. Beim Herweg haben wir ja die Fähre verpasst, wegen einer Minute. Jetzt auf dem Rückweg sind wir am Tag auf der Fähre, da müssen wir uns die Zeit vertreiben, aber es gibt ein Restaurant dort, also das müssen wir erst mal kriegen. Und nicht verpassen, wäre gut. Hier ist diesmal. Einchecken. Caro, wir sind da, auf der Fähre. Auf der Fähre. Ich habe jetzt nur verstanden, es ist not okay und es ist ein Problem. Keine Ahnung. Das fängt schon wieder gut an. Das Ticket geht nicht. Scheiße. So, ich gehe mal schnell da rein und checke das, ja? Ja. Pass auf die Hunde. Haut nicht ab, lasst mich nicht zurück. Danke. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Wir sind noch nicht mal von der Insel runter und es fängt schon wieder beschissen an. Jetzt stimmt was mit unserem Ticket nicht. Sprann der Delfin-Therapie. Sobald wir auf der Fähre sind, also sollten wir auf die Fähre dürfen, werden wir euch erzählen, was passiert ist. Das letzte Video, da war ja noch alles toll und wir haben uns gefreut, dass wir ein Haus gekauft haben, eine Finca gekauft haben und dass Schlüsselübergabe ist und eigentlich sollte dieses Video die Roomtour sein. Dazu dann gleich in Ruhe mehr. Das werdet ihr nicht glauben. Wo sind denn die denn hin? Scheiße, gell? Die ist einfach abgehauen. Wie die auf dem Steffen warten. Süß. Eine halbe Stunde später. Der Steffen ist noch nicht zurück. Das sind richtige Camperhunde. Ich bin einfach ein bisschen süß. Die ist schon ganz schön lang weg. Und was war das Problem? Alles gut. Aber wir dürfen nicht zusammen einsteigen. Ich muss mit dem Auto reinfahren. Da darf nur eine Person reinfahren und du musst jetzt mit dem Ticket hier reinlaufen. Doch. Warum? Weil es hier so ist, Schatz. Wir müssen jetzt bei einem die Pfanne auch streiten. Also. Soll ich jetzt alleine irgendwo hin? Ja, ich sag das gleich. Komm. Oh mein Gott. Ich muss irgendwo alleine hin. Mein Akku ist leer. Ja. Ich werde mich so was von verlaufen. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ich darf beim letzten Mal nicht so. So. Da ist eine Glastür. Da vorne. Eine einzige Glastür. Und da geht innen drin eine Rolltreppe hoch. Und dann musst du hier rüber laufen. Eine Rolltreppe hoch und dann hier rüber. Ja, super. Das ist ein ganz offenes Gebäude. Da ist nur eine Rolltreppe drin. Lauf mal da rein. Da ist eine Tür. Da rein, genau. Da die Treppen jetzt hoch. Oder wie komme ich da rein? Nein, Schatz. In das Gebäude rein, wo das Glas ist. Da ist eine Glastür. Ja, wie komme ich hier? Das ist doch abgeschwert. Nein, da ist eine Tür da hinten. Da läufst du in die Glastür rein, die Treppen hoch und hier gegenüber. Oh mein Gott. Und dann? Und dann läufst du ins Schiff rein. Hier. Folg den Leuten. Okay? Oh mein Gott. Ich habe nichts gecheckt. Kann es eigentlich noch schlimmer kommen? Nein, das sage ich nicht mehr. Es kommt nämlich dann immer schlimmer. Fährt er fort? Er hat mich doch verarscht. Er hat mich doch ausgesetzt. Stellt euch bitte vor, ich verpasse die Fähre jetzt. Und er fährt alleine. Ich habe mich verlaufen. Ich glaube das nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe keinen Akku mehr. Ich glaube ich verpasse die Fähre. Ich werde niemals irgendwo ankommen. Ich kriege schon wieder Panik. Warum passiert mir sowas immer? Hier ist kein Mensch mehr. So sieht die Fähre aus. Und da ist der Steffen quasi mit dem Wohnmobil schon reingefahren. Das ist schon sehr hübsch gemacht. Aber ich finde den Steffen nie Männer. Ich finde den Steffen nimmer. Ich weiß nicht, ob ich auf der richtigen Fähre bin. Egal, ich setze mich mal hin. Meine Mutter hat mir beigebracht, wenn wir uns verlieren, einfach stehen bleiben. Oder sitzen bleiben. Weil wenn beide suchen, ist es blöd. Nur wenn der Steffen das gleiche jetzt macht und auch irgendwo sitzt, wäre auch blöd. Ich hoffe jetzt einfach, dass er mich findet und mich hier abholt. Ich bleibe jetzt einfach genau hier sitzen. Sechs Stunden lang. Und dann gucken wir mal in welchem Land ich bin. Oh, ist das ein Jenny-Moment. Ich glaube es nicht. Ich brauche einen Schnaps. Da ist er. Hast du mich gesucht? Sagt er zu mir, ja, aber ohne Hund. Ich sage, wie ohne Hund. Ich brauche mich hin. Was? Hier ist dann so ein Restaurant. Da können wir dann richtig schön essen. Also Fähre ist schon schön gemacht. Ja. Herzlich willkommen. Willkommen daheim. Komm, geh mal zurück. Baro. Komm mal rein. Oh, das ist ja groß. Ja. Baro find's gut. Baro gefällt. Hey, I see my boo. Scher, gell? Man merkt schon, dass man ein bisschen auf dem Wasser ist, finde ich. Ich hab für vier Leute bezahlt. Vierer-Kabinen. Nee, aber die haben nur Vierer-Kabinen hier. Die fahren schon los gerade. Guck mal. Echt? Man merkt das gar nicht so. Doch, wenn man sich drauf konzentriert, wird einem schon schlecht. Ja, ist schon eklisch. Mir ist so ein bisschen mulmig im Bauch. Oh. Der Akku ist hier leer. Das heißt, alles, was ihr jetzt nimmer hört, da war der Akku leer, das werdet ihr dann nie erfahren. Also wir sind jetzt sechs Stunden auf der Fähre nach? Barcelona. Barcelona und dann elf Stunden rein. Von Alcutia nach Barcelona. Genau. Und dann fahren wir von Barcelona aus. So elf, zwölf Stunden. Ja, das Wohnmobil ist jetzt nicht das Allerschnellste. Also zwölf Stunden. Vielleicht sogar 13. Nach Hause. Aber wir machen ja noch einen Zwischenstopp in Frankreich. Ja, und wollen dort Ravioli essen. Ganz gemütlich. Was? Ravioli? Wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs, dass wir die Hunde mitnehmen können. Also wir hätten ja auch fliegen können, aber so ist es ein bisschen abenteuerlich. Macht auch echt Spaß, muss ich sagen. Also bis jetzt ist schon einiges passiert. Es wird nicht langweilig mit dem Wohnmobil. Ich finde es voll gemütlich eigentlich. So, und warum fahren wir jetzt heim und sind nicht am renovieren in unserer neuen Finca? Ja? Sag du es denn. Ja. 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 Wir haben uns tierisch gefreut. Ja. 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 Und da musste ich die jetzt hier mit der Schere aufmachen. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Leben am Limit. Ganz genau. So. Unser Armut kotzt mich an. Dann legen wir das Ganze auf. Und da dran befindet sich der wunderbaren Ravioli. Meine Mutter hat noch gesagt, vergesst du das Öffner nicht. Wir haben zwei Uhr nachts sechs Stunden durchgefahren. Ja. Wir stehen jetzt hier irgendwo auf einem Parkplatz. Also wir sind nicht in Deutschland anscheinend. Habe ich auch gerade erst erfahren. Wir machen übrigens den Spannungsbogen extrem, weil wir einfach vorhin angefangen haben, was ganz krasses zu erzählen. Dann war der Akku leer. Ich habe voll Bock auf Ravioli. Wir wollten uns auch Nudelterrine machen, aber unser Wasserkora ist kaputt. Ach wir sind wieder Supercamper. Die Supercamper sind wieder unterwegs. Ich bin richtig müde. Also gute Nacht und bis morgen in euer Frische. Und wie läuft's? Ja. Jetzt gucken wir mal, was die da vorne wollen. Ja. Dann folgen wir denen mal. Ach, das ist der französische Zoll. Scheiße. Habt ihr die Ware verpackt oder was? Habt ihr nicht. Nicht nur, dass sich die Fahrt extrem zieht. Extrem. Werden wir einfach gucken, Zoll angehalten. Jetzt denken die, dass wir Droge haben. Na, wir sehen halt auch so aus mit den ganzen Tattoos. Da stehen. Also das werdet ihr jetzt wirklich nicht glauben. Die haben uns jetzt angehalten, um einfach zu kontrollieren, ob wir halt irgendwas verboten ist. Schmuggeln. Sehr klar. Dann hat er irgendwann gefragt, wer ich halt bin und wollte dann wissen, wie mein Instagram Account heißt. Und er folgt mir jetzt. Also ich hab einen Follower mehr. Das glaubt mir kein Moment. Schatz, hab noch einen Follower gekriegt. Klasse. Einen Follower in Paris. Jetzt fahren wir aber nach Hause. Wir haben jetzt noch zweieinhalb Stunden. Ich bin so froh, wenn wir daheim angekommen sind. Und ich ahne schon, dass bei uns sehr, sehr viele Pakete auf uns warten. Ich denke so ein, zwei Pakete. Wir werden es erleben. Es fängt schon auf der Treppe an. Wir sind angekommen. Da unten stehen schon mal ein paar. Also wir sind gerade die Tür rein. Also drei Wochen nicht zu Hause. Was soll einer sagen, ich kann nicht Kuchen machen? Nach drei Wochen sieht der immer noch so aus wie vorher. Sieht der noch lecker aus oder nicht? Oh Gott. Ihhh. Der riecht sogar noch gut. Es ist noch. Wie praktisch, dann muss ich nichts kochen. Ich glaube an dieser Stelle muss ich eingestehen, dass ich kaufsüchtig bin. Und das sind alles Pakete, die ich noch nicht abgeholt habe. Oh mein Gott, das ist krank. Ich melde mich morgen wieder bei Ihnen. Ich muss jetzt ins Bett. Wir haben immer noch nicht erzählt warum wir heim sind, naja egal. Ihr werdet es dann morgen erfahren. Die Entspannungsproben haben wir aber richtig lange. Ok, bis morgen! Wo fangen wir an? Jetzt haben wir Akko und jetzt haben wir Zeit euch zu erklären was hier eigentlich los ist. Also wir sind in Deutschland und wir haben kein Haus gekauft. Wir haben kein Haus gekauft, da gab es ein paar Probleme. sprich Legalität in dem Haus, das scheint auf Mallorca ja kein großes Problem zu sein, hat sich bei der Finca herausgestellt, dass da halt nicht alle Sachen legal waren, wie es sein soll. Wir haben das schon vorher gecheckt, aber die ganzen Unterlagen waren nimmer die aktuellsten und die haben das anscheinend danach gebaut, also unterm Strich wurden wir einfach reingelegt, wir wurden verarscht. Da sind wir jetzt echt froh, dass wir gerade so unsere Zukunft nicht zerstört haben. Das ist auch gut, da darf man ruhig mal klatschen, danke. Also ja, wir hätten das fast, ich glaube, einen Tag später unterschrieben und dann hätten wir quasi eine Finca gekauft für sehr, 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 sehr viel Geld und dann wäre unsere Zukunft aber... Figaro! Wir haben schon Geld verloren. Man kann schon sagen, wir haben Geld verloren, aber mehr möchten wir da nicht ins Detail gehen. Also Kurzfassung, wir haben das Haus nicht gekauft, jetzt ändert sich alles wieder zum Guten. hoffe ich. Ja, hoffe ich, haben wir jetzt mal Glück. Wir haben Glück im Unglück. So, wir haben jetzt Pech gehabt. Und dann ging es weiter. Ja, was haben wir danach gemacht? Erstmal den Kopf in den Sand gesteckt, um es ehrlich zu sagen. Also wir waren schon sehr geknickt, wir haben geplant und haben schon uns ausgemalt. Ja, was heißt aber sehr geknickt? Wir waren richtig traurig. Wir wollten dann drei Wochen Gas geben und renovieren und das Ganze sah dann so aus, dass wir drei Wochen geguckt haben, ob wir eine neue Finca finden und ich glaube, wir haben eine gefunden. Ja, sogar noch schöner als die erste. Wir haben dann ganz viele Besichtigungen gehabt. Eine schöner wie die andere. Die waren eine Katastrophe wie die andere. Eine Katastrophe. Also da waren teilweise Fincas dabei. Also ich kann euch ja gerne mal ein Video hier einblenden. Oh, wie schön. Hast du eine Bett drin? Kostet etwa 800.000 Euro. Zeig mir drei Wochen vor. Machen wir deinen Job als Maklerin jetzt. Machen wir deinen Job, was haben wir hier verkauft? Also wir haben hier ein nicht durchflutetes Schlafzimmer. Die moderne Technik ist auch schon da. Alles möbliert. Es gibt alles dazu. Dann hier ist der geräumige Ankleiderbaum. Auch Möbel inklusive. Und nicht durchflutet? Ja, nicht durchflutet, geräumisch, mit direktem Zugang zu was? Zum Essbereich. Haustierler erlaubt. Und ansonsten gibt es die Elektronik auch direkt dazu. Welche Elektronik? Na, die Lampen. Aber es sind auch sehr viele Interessenten da. Also wenn sie jetzt wollen, direkt bezugsbereit ist man heute noch unterscheiden für 800 Dauert. Was haben wir denn hier jetzt? Wie ist das? Und hier? Rustikale Wellnessecke für jedermann. Ein paar der alten Bewohner sind da noch drin. Wurden nie gefunden. Herzlich willkommen in ihrer Wohlfühl, Atmosphäre. Die Küche. Alle Geräte inklusive. Auch wieder möbliert. Alles im Preis. Selbst die Leiter im Preis enthalten. Das Gästehaus mit direktem Poolzugang. Ja, es ist wirklich wie im Dschungelcamp. Ich fühle mich eigentlich wohl. Also eins kann ich sagen, diese Finca ist es leider nicht geworden. Da war einer schneller als wir. Schade. Dann haben sie einfach obendrauf weitergebaut. Cool. Und das für nur 700.000 Euro. Das nehmen wir. Es ist kein Zaun. Können die Hunde perfekt auf die Autobahn. Also ich war ja dafür das zu kaufen. Er wollte es aber nicht. Ja, also wir haben uns 10, 15 Stück angeguckt. Würde ich mal sagen. Viele, viele. Und es war arschkalt. Da waren Fincas dabei. Das war eigentlich eine Burg. Es waren keine Türen da. Es waren so runde Löcher eigentlich. So ganz enge. Er musste so quer rein. Dann haben wir eine gefunden gehabt. Die war richtig schön. Ich wollte halt auch nicht mitfilmen. Weil man muss sich ja da schon sehr konzentrieren, was man da macht und was es da alles gibt. Das ist ja kein Spaß. Wir haben uns eine Finca angeguckt. Die war wirklich ein Traum. Und wir haben auch schon gesagt, wir würden sie nehmen. Und in dem Moment fliegt einfach über uns. Ich glaube so gefühlt 10 Meter ein Flugzeug. Und es war ja nicht Hochsaison. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt. Es war, glaube ich, ein Flugzeug alle zwei Minuten. Alle zwei Minuten, ja. Also da kann man sich vorstellen in Mallorca landen. Haben wir da mal geguckt, glaube ich, in der Hochsaison 1200 Flieger. Und landen und starten unsermutbar. Es war einfach direkt in der Flugbahn. Flugschneiser. Also es war Wahnsinn. Aber es war eigentlich das Schönste, ne? Es war sehr, sehr schön, ja. Es hat hätte gepasst. Die, die wir jetzt haben, die ist die Schönste, finde ich. Ja, kann man schon sagen. Was wir draus machen. Die schlimmste ist ja mit den ganzen Schreiben, mit den E-Mails, mit dem Übersetzen. Die Besichtigungen. Das war eine Katastrophe. Ihr müsst euch vorstellen, wir sprechen Deutsch. Die Maklerin spricht Englisch und Französisch. Dann gab es noch einen zweiten Makler. Es war eine Kooperation. Der hat dann Spanisch gesprochen. Und wie laut. Aber auch Deutsch. Und der spanische Eigentümer. Und alles durcheinander. Und wir als schon so da gestanden. Nichts mehr verstanden. Die haben auf einmal mit uns Spanisch und Französisch und Englisch gesprochen. Der deutsche Makler. Was ist hier eigentlich los? Die haben alle Dokumente auf Deutsch übersetzt. Die ganze Zeit. Wirklich rechtliche Sachen übersetzt. Also die drei Wochen waren schon... Ja. Und Fazit. Jetzt bei der neuen Finga haben wir jetzt... Ja, die aller allerletzte Finger, die wir uns angeguckt haben. Alle anderen waren Katastrophe. Nichts war dabei. Wir haben schon gesagt, das wird nichts mehr. Also... Ja. Da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt. Das war die allerletzte. Wir wollten die sogar absagen. Es war schon so weit, dass wir alle anderen abgesagt haben. Die davor haben wir abgesagt sogar. Echt? Ja, ja. Davor habe ich einen abgesagt, weil ich gar keinen Bock mehr hatte. Wir haben Besichtigungen abgesagt. Dann haben wir gesagt, die noch und dann war es das. Aber das Fazit ist eigentlich, dass wir... Und das haben wir jetzt auch gemacht bei der letzten Finga, die wir jetzt kaufen wollen. Einen Rechtsberater aus Spanien mit dazu zu nehmen, der jetzt alles kontrolliert, der alles macht. Ob alles aktuell ist. Ob alles aktuell ist, der alles übersetzt. Der ist alles für eine Regel, der alles macht. Und dass wir da einfach auf der sicheren Seite sind in Zukunft. Das ist das best investierteste Geld überhaupt. Also wenn ihr vorhabt, irgendwas auf Mallorca zu kaufen. Es kann euch ja jeder, was bei uns so war, jeder irgendeinen Scheiß erzählen. Wir haben ja gefragt. Also wir wussten, worauf wir achten müssen. Aber wir haben dem dann einfach vertraut, dass das stimmt, was der sagt. Dass die Dokumente aktuell sind. Und jetzt alles geprüft. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Also Fazit, wir haben nichts gekauft. Wir haben eine Finga, die wirklich wunderschön ist. Also wir müssen sehr viel machen. Dann nehmen wir euch natürlich mit. Wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr einen Umbau, wenn euch sowas interessiert. Also eine Roomtour wollt ihr bestimmt, nehme ich an. Und sobald wir da die Schlüssel haben. Oh Gott, da habe ich aber das letzte Video auch beendet. Ja, bloß auf. Zeige ich euch die Finga. Ja, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf ein paar Dokumente. Wie gesagt, wir machen das jetzt alles nicht mehr selber. Ich habe mich am Anfang da selber darum gekümmert. Deswegen, wir warten jetzt auch ein paar Sachen. Und dann werden wir es sehen. Wollen wir wieder nach Mallorca fliegen, fahren. Das ist schon schön, aber es ist wirklich sehr viel Arbeit. Der Steffen kann zum Glück sehr viel selbst. Das machst du alles. Als hätten wir nicht erst meine Wohnung renoviert, dann haben wir seine Wohnung renoviert. Das Wohnmobil haben wir renoviert. Und jetzt kommt die Finga. Also Workaholic, wie auch immer. Aber ich muss auch sagen, uns macht das Spaß. Also aus was Altem was Neues zu machen, ist schon geil. Vor allem, weil er so viel kann. Ja, auf mich jetzt so hoch zu loben. Du guckst, sagst so, sieht schön aus. Ich freue mich schon. Du freust dich dann, ja klar. Happy wife, happy life, okay? Oh, hast du toll gemacht, Schatz. Wow. Dekorieren kann ich sehr gut. Dekorieren kannst du. Ja, auf jeden Fall. Siehst du, ohne mich würde das hier gar nicht laufen. Es ist ja wie in der Steinzeit. Der Mann baut die Höhle und die Frau geht dann rein und macht es wohnlich. Ja, du tust du Pilz gerben. Was? Ne, Pilz tragen wir nicht. Wenn wir das nächste Mal rüber gehen, und das ist auch wirklich Ausschlusskriterium. Wir gehen erst rüber, wenn alles hundertprozentig ist. Das ist halt auch gut. Wir können dann erst, sobald der Prüfer sagt, ja alles gut, dann können wir uns erst auch rüber. Dann können wir uns auch sicher sein. Auf jeden Fall ist das schon sehr ärgerlich. Also, dass es so endet. Ja, das hat uns schon einen Dämpfer gegeben. Das hat uns am Anfang richtig einen Dämpfer gegeben. Aber ohne Fehler wäre es ja auch langweilig. Wir haben Fehler gemacht, denen geglaubt haben. Sowas passiert uns nie mehr in unserem Leben. Und euch auch nicht, weil ihr dieses Video gesehen habt. Also, von daher haben wir alles richtig gemacht. Check. Wir hoffen, das ist ja gut. Hat euch das Video gefallen. Das sind scheiße Informationen. Aber habt euch das Video angeguckt. Dann schenkt ihm einen Daumen nach oben. Neues Jahr, neues Glück. Und nächstes Jahr wird das dann in Angriff genommen. Da werden wir dann euch alles zeigen, mitnehmen. Und es wird eine ganz, ganz aufregende Reise. Kannst du den Leuten zeigen, wie man Wände streicht und verputzt? Ja. Streichen kann ich auch. Siehste? Wir finden schon noch meine Talente. Vielleicht einen Tag im Kalender streichen, aber gewandt. Ich streiche gleich dein Essen heute Abend. Ich kann streichen. Ich kann streichen. Ich muss das hier abrischen. Tschüss. Hopp, tschüss. Tschüss.